Einen schönen Mittwochabend oder Nachmittag, naja, 18 Uhr, könnt ihr euch aussuchen, Abend, Nacht, Nacht sowieso nicht, Abend oder Nachmittag. Egal, die Begrüßung war nicht so gut, ich hoffe die Schichten werden besser. Wir gucken erstmal was unsere Mails von uns wollen, der Tornado. Wir haben den Tornado überstanden, doch wir können noch nicht feiern. Die Stadt hat sehr gelitten und jemand muss nun aufräumen. Haben wir doch schon gemacht. Reinforcements. Ja, gut, okay. Ähm, ich bin um überlegen, ob ich nochmal eine Feuerwehr mir besorge. Wow. Ja, so viel dazu. Entschuldigung. Gut, sieben Ereignisse, die wahrscheinlich alle mit dem Tornado noch zu tun haben. So, dann gucken wir, dass wir hier alles hinkriegen. So, mal alles hier nach und nach zuordnen und da reden. So, halt. Was ist noch offen? Ach du Scheiße, da oben. So, jetzt haben wir aber alles. Und dann kommen auch die normalen Fälle dazu. So, dann wollen wir kurz rüberfahren. Waffen, der Angriff, da unterstützen wir mal kurz. Returning to base. Oh mein Gott, what, officer down? Standing by. Ready for action. Requesting backup. Case resolved. 112, what's your emergency? Dad? Where are you? I'm still at school. Honey, why are you calling me? Are you in danger? Not really, but I don't really feel well. Do you feel sick? I feel weak. I'm just really down, Dad. Why aren't you in class? Did something happen? Could you come pick me up, please? I understand. I'll pick you up right away. Thank you, Daddy. What's the matter of your vice president? Yeah, I don't care. 32%, but... Tochter ist wichtiger. Ah, ich will gar nicht wissen, was passiert. So, ja, leider hat's einen von unserem Van erwischt. Ja, da ist noch richtig Jute dabei. Ist noch jemanden erwischt? Oh, ja, stimmt. Hier, guck mal. Wir haben sogar noch eine in der Reserve. Okay, gut, haben wir. So, ich werde jetzt gar nicht wissen, was jetzt kommt. Wir haben die Stadt aufgeräumt. Nun ist es offiziell, der Tornado ist überstanden. Gute Arbeit. Teams gruppieren? Ja. Steuerung und dann eine Nummer, das kenne ich auch. Ja, aber anscheinend hat uns das jetzt nicht wirklich ins Chaos gestürzt. Immer noch 95% durchschnittliche Zufriedenheit oder Effizienz, besser gesagt. Ich hätte gerne eine neue Polizeieinheit. So, erstmal kaufen wir uns die neue Feuerwehreinheit, die ich ja... Hier fehlt übrigens auch noch einer, ähm, die ich mir holen wollte. Das war ein Wassertankwagen. Den hätte ich gerne hier. So, dann gibt es hier immer noch offene Stellen bei der Polizei, ja? Okay. Wie gut fährst du denn? 84. Okay. So, dann haben wir jetzt hoffentlich aber auch alle Positionen besetzt. Ähm, ich würde gerne einen Pick-up kaufen und den mit einem Hund besitzen. So, den schicken wir mal hier hin, weil da ist aus irgendeinem Grund, warum sind denn hier eigentlich zwei? Naja gut, die Zentrale ist schon nicht verkehrt, wenn wir da ein paar mehr haben. Gut, start mal rein, würde ich sagen. Erste Schicht war ja entspannt. Es geht jetzt auch ein bisschen schneller natürlich, weil wir nicht mehr alles selber machen. Okay, wo? Wo sind sie genau? Näher dem Bild an... Wie viele Leute sind da? Around a thousand people. Oh, du bist ja scheiße. Sind sie auf dem Weg? Ja, sie sind nach dem Westen. Wie sind sie? Sie sind sehr aggressiv. Es gibt einige Vandalismus, und sie haben gefährliche Items. Okay, ich nehme es von hier. Oh mein Gott, das ist ja super. Vorbildlicher Disponent, Errungenschaft. Starke Vergiftung. So, wir kümmern uns natürlich erstmal um unsere eigenen Fälle. Naja, akzeptieren. Oh, das ist ja eine schlechte Reihe. Wobei, warte mal. Genau, du kommst wieder zurück. Feueralarm. Von Menschenmenge erschlagen. Ach du heilige Scheiße. Fahrerflucht. So, du kannst hier mal rüberkommen und helfen. Okay, die Demonstration zieht immer noch weiter. Kann man mit ne Fahrräder mithelfen? Angegriffen der TV-Van. Ach du Scheiße. Ach, wir sind sogar betrunken, oder? Ernst, noch der Autounfall. Oh mein Gott. Graserei. Boah, Gott, die kriege ich alle nicht. Ladendiebstahl, was haben wir denn hier noch alle drauf? Autodiebstahl. Okay, der fährt. Diebstahl eines Fahrrads. Trinken in der Öffentlichkeit. So, ich glaube, der kommt mir genau in die Arme. Alter, ist hier Solomon und Gomorra heute. Ist ja Wahnsinn. So, dann kannst du nur zurückbleiben. Irgendwie los. Wir feiern in einem Park. Wo ist denn mein Hubschrauber? Ladendiebstahl. Alter Schwede. Endlich ist diese scheiß Demonstration vorbei. Oh, das ging aber sehr schnell. Rotlich missachtet. So, haben wir denn jetzt alles? Hier unten ist noch. Vermisst die Person. Kein Strom in der Gegend. Stechungsversuch. Oh Gott, es hört einfach nicht auf. Wo ist mein Feuerwehrhubschrauber? Da oben noch. Sehr gut. Kannst du nur gleich weiterdüsen. Kein Strom in der Gegend. So, und jetzt müssen wir aber auch durch sein, ne? Fall gelöst. Was haben wir denn offen? Das ging. Okay, sind wir auch durch. Oh Gott. Mann, war das viel. 98,46%. Sehr gut. Was haben wir denn nicht gelöst? Wahrscheinlich sind wir irgendwo wieder zu spät gekommen. Oh Gott. Gebäudebrand sind wir nicht eingetroffen. Beschäftigungsversuch haben wir auch nicht geschafft. Ja gut, aber der Rest war okay. 72. Nein, ich krieg mehr. Oh mein Gott. Vier neue Gebiete. Alter Scheiße. Okay, das wird ja schön jetzt. Überleben eines Tornados. Innerhalb im Haus, was? In einem Haus mit einem Keller. Begib dich in den Keller. Versteck dich unter dem soliden Schutz. Benutze einen Kopfschutz. Vermeide Nähe zu Fenstern. Dann stelle ich nicht unter schwierige Gegenstände. Sie können auf dich fallen. Okay. Wissen wir also auch, wie wir einen Tornado überleben? Also Grundvoraussetzung scheint wohl zu sein, einen Keller zu besitzen. Da wird es bei den meisten schon schwierig. Aber gut. Ich weiß nicht, ob hier in Berlin zumindest so schnell Tornados kommen. Wahrscheinlich eher nicht. Oh Gott. So, die nächsten Viertel. Das machen wir später. Okay, wir haben aber doch nochmal einiges dazu bekommen. So, Dispatcher. Wissen wir? Die ganze Stadt unter ihrem Kommando. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dank ihrer guten Entscheidungen haben sie bewiesen, dass wir die ganze Stadt unter ihr Kommando stellen können. Weiter so. Okay, wir brauchen mindestens einen neuen Dispatcher. Ah, okay. So, du hast dieses Gebiet und bekommst noch dazu dieses hier. So, das hier ist auch zusammenhängend. Gibt es auch einen neuen Dispatcher? Und dann Chesscouch. Ja, gut, okay, ihr seid beide gleich. Gut oder schlecht, kann man sich aussuchen. So, haben wir auch verteilt. Dann geben wir allen... Oh, 1,3 Millionen. Dann geben wir allen aber nochmal bitte Einheiten, mit denen sie auch arbeiten können. Hier nicht ein einziges Feuerwehr. Äh, Feuerwehr, soll ich schon? Polizeirevier? Okay, hier unten sind viele Polizeireviere. Ich brauche hier nicht unbedingt zwei. Wir schicken nochmal einen hier hin. So, und es gibt nicht einen einzigen... Ein Polizeihubschrauber... Äh, Polizeifeuerwehrhubschrauber. Okay, wir müssen auf jeden Fall Feuerwehr kaufen. Ja, super. Das ist ja gar nicht mal so viel. Ich weiß nicht, wer es das hier ist. Warum ist denn das so groß bevölkert? Alter, hier habe ich sogar eine Special-Einheit. Heilige Scheiße. Okay, die sind aber noch nicht wirklich gut ausgerüstet. Bomben-Schutzanzug. Ach, du heilige Scheiße. So, ihr kriegt auch mal bessere Ausrüstung. Äh, öh, da. So, haben wir hier noch irgendwie... Ja gut, ihr müsstet eigentlich auch alle geschützt... Also, mindestens Schutzwesten haben. Ist ja auch überhaupt gar nicht mehr sortiert, ne? Nutzung durch Disponent. Ah, okay. Ne, die können ruhig alle benutzen. Alles gut. Kann ich doch mal eine neue Polizeieinheit mir kaufen? Nicht ausreichend Teammitglieder. Kaufen noch mal bitte so ein Teil. Auch noch mal die Außenbezirke. Komm, stellen wir mal hier hin. Bei Rettungswagen bin ich mir auch sehr unsicher. Ich hoffe, dass das geht. Hier hinten ist natürlich auch richtig schlimm. Okay, Feuerwehr könnte echt ein Problem hier unten werden. Gucken wir mal. Starten wir mal rein. Medaille der Führungskraft, Errungenschaft. Fire Alarm. Ich wollte sagen, es geht einfach gar nicht los. Sehr gut. Ach. Gerade überlegt, sowas zu kaufen. Ja, bestimmt hier bei meiner Tochter, wa? Wie kann es sehr schmerzen werden? Es scheint, dass es möglich ist, dass es sehr schmerzen ist. Es ist ein Schmerz zu der gesamten Stadtbüldung. Wie viel Zeit haben wir zu evakuen? Wir wissen nicht. Aber wir sollten schnell reagieren. Okay, ich nehme es von hier. Ja, Herr. Ach du fehlige Scheiße. Okay, die kommen nicht wirklich zurecht mit der Bombe. Scheiße, Alter. Trinken in der Öffentlichkeit. Kriegen wir hin? Oh Gott, hier oben, aber da muss ich viele Sachen. So, ich hoffe, die Bombe geht nicht wirklich schnell hoch. Was ist denn hier irgendwie los? So machst du ja nichts. Wie gesagt, ich will eigentlich eher bei mir bleiben. 26 Prozent, oh mein Gott. Okay, ich muss mal ganz kurz ein bisschen unterstützen. Weil hier geht's grad gar nicht voran. So, du bist auf dem Weg. Alter, was haben wir hier hinten noch? Das ist so krass, das Paket. Verarschen. Auch noch ein Polizeihubschrauber. So, haben wir noch irgendwas übrig? Hier oben ist noch was übrig. Razorai. Da hinten, aber der ist unterwegs. Easy. Alter, wat? Raubüberfall. Oh, scheiße, Alter. Das war's. Hab ich vergessen. Operator? Case resolved. On my way. Standing by. Stand by. To the hospital. Case resolved. Going back to date. On my way. Standing by. Await. Operator? Bit. Standing by. Irgendwo ist eine Bombe hochgegangen. Zumindest klingt es so. Scheiße Alter, ist die Bombe hochgegangen? Alter, was ist denn jetzt hier schon wieder los heute? Rotlicht missachtet. Fährt er? Ne, der steht. Alter, wie viele können es denn bitte sein? Wie viele Einsätze? Alter. Starke Vergiftung. Hier hinten komme ich auch gar nicht zurecht. Was ist das hier? Raserei. Hier fehlt es auch an allem. Warum ist da denn eigentlich? Alter, hier hinten geht es auch gar nicht. Alter, alter. Haben wir denn noch Hubschrauber? Haben wir. Warte mal, du bleibst mal hier. Warte mal, du bleibst mal hier. Dann fliegst du mal nach hier unten. Ah, da fehlt. Such nach irgendwas. Oh Gott. Ah, diese Außendinger sind so schlimm. Da habe ich gerade keinen. Da sind wir auch. Obwohl, warte mal. Ne, Drungenschmuggel habe ich auch. Was, irgendein Tank ist empty? Sind wir hier? Trink in der Öffentlichkeit. Trinken wir auch. Alter, also ihr wollt mich doch wirklich... Was ist denn das hier los? Alter. Alter. Es geht einfach gar nicht klar gerade. Was ist das denn hier? Sexueller Übergriff. Verwendung gefilschter Dokumente. Hier hinten auch noch falsch parken und wird aber gerade bedient. Einbruch. Alter Drogenschmuggel, schon wieder. Alter, es geht gar nicht klar. Wirklich. Das, das, das geht gerade gar nicht klar! Alter, so, komm, wir müssen hier irgendwie wieder zurück. Boah, wird das ein schlimmer Tag. So, hier mal gleich das um die Ecke. Ihr habt das. Was ist denn da oben los? Verschluckt. Auf geht's. Ich glaube, wir haben erstmal alle gut verteilt. So, ich glaube, wir haben es erstmal. Boah, ist das ein schlimmer Tag. Oh Gott, 95%, 92% nur gelöst. Ja, das war aber auch. Pfeil von Treppe, zurückgelassenes Paket, nicht geschafft. Raubüberfall nicht geschafft. Ja gut, der war aber auch hier kurz vor, kurz vor Frankreich gefühlt. Autodiebstahl nicht geschafft. Autodiebstahl nicht geschafft. Mühlenbrand nicht geschafft. Hier ist der Bestechungsversuch, da ist auch die Zeit abgelaufen. Am Ende war es ganz gut. Da haben wir nochmal ein bisschen was rausgekriegt. Alter, da sind schon wieder drei Leute verletzt. Zwei. Ach, du heilige Scheiße, war das eine schlimme Schicht. Also, es sind nur noch 92%, ne? Nicht falsch verstehen. Aber, boah. Das wird ja noch lustig, die nächsten Schichten. Ich freue mich drauf. Bis morgen. жел Untertitelung des ZDF, 2020